so und da du jetzt der experte bist sagst du jetzt wie es weitergeht ja also wenn wir eigentlich jetzt alles fertig haben können wir eigentlich die kristalle setzen den drachen zu erschaffen ja an die erklär man eben was das für kristalle sind und wie man die baut oder macht oder wie auch immer ender kristall die ja also man braucht sieben doch sieben glas die macht man in einer reihe dann kommt in den mitten ende auge und darunter eine gasträne ok hattest du eine gasträne ja ja ich hab die dinger schon fertig zeig mal ich möchte die einmal sehen ich kenne die gar nicht hinter dir ender kristall vier stück die kenne ich gar nicht gut okay sie sind ja auch neu so ich würde sagen ich setze die jetzt und dann gucken wir zu haben wir alles also das heißt wenn die wenn die kristalle gesetzt sind da geht es dann praktisch los na ja dann wieder langsam erschaffen ich pack meine spitzhacke weg ich brauche nur schwert und bogen brauchst nur schwert und bogen feile habe ich ich habe auch noch feile hier drin in meiner truhe sie kannst du auch noch haben wenn du willst ja ich freue mich so ein bisschen alle auf einmal daraus zu nehmen weil wenn ich mal sterbe da sind die alle ja gut die sind nicht weg aber ich habe mein inventar ziemlich leer also wenn einer von uns steht kann man das einsammeln macht dein inventar komplett leer bis auf die wachen und essen achso und tränke trank der schnelligkeit nehme ich mit trank der heilung nehme ich mal zwei mit trank der unsichtbarkeit keine ahnung dass wir das können wir ja nicht gebrauchen weil wir die rüstung sowieso tragen ja trank der schnelligkeit geschwindigkeit zwei das sind die richtig schnellen dinger damit wir schnell von turm zu turm rennen können dafür habe ich die ja aber das müssen wir ja okay aber können wir denn dann wenn die jetzt auf den türen gleich platziert sind dann müssen wir wenn der drache erschaffen ist dann von unten mit den pfeilen die kristalle zerstören oder was ja oder wir ja wir können doch hoch gehen aber ich habe ein bisschen also aber wir können das auch so machen du du gehst die leiter hoch siehst den bogen gehst hoch bis du den kristall siehst feuerst und geht schnell wieder runter dass du keine explosion abkriegst vielleicht geht das du kannst du ja gleich mal bei diesen niedrigen türmen da kannst du ja gleich mal einfach mal drauf ballern dann siehst du wie groß das ist ja okay los so das sind neue türme das muss das ist unfair okay das muss ich nicht alles für die kraft und nein gut dass ich alles für die kraft buch irgendwas ist gerade was hat er gemacht da hier ist so eine wolke pass auf diese wolken auf ich sehe den gar nicht ich muss dich auf den schießen wir müssen erst die kristalle kaputt machen ich habe angst ich weiß gar nicht ob ich die guck da ist einer ein kristall nach in aua was ist das hoch das war irgendein scheiß gas ich sterbe ich sterbe das ist deine getränke guck man trifft die türen die dinger da oben ganz gut so ich habe doch ich habe doch keinen einzigen getroffen aber ich habe schon ich schieße auch mal drauf fünf oder sechs habe ich schon hab so ich glaube es sind fast da ist auch noch einer schießt du mal schießt du mal da bist du einfach mehr der experte als ich hier sind irgendwelche gase ja da darfst du nicht rein treten huch als Ohhhhhhh Ähh Pfff Ich treff das Ding nicht Jetzt bist du aber ruhig hier Ja du kannst ihn während er das an hat nicht ähh Ne Der macht ganz viel Gas Machst du leere Flaschen? Wenn du leere Flaschen hast kannst du diesen Atem einsammeln Und dann? Ähh und dann ähh Kommen wir nachher irgendwelche Effekte vorne Ja Wart mal Ich hab was Ich hab Gas Ok weißt du was? Ähh Wir müssen uns da jetzt hoch bauen Ich komm da nicht dran Oder kann man das durchschießen? Oh da vorne oder was Hier Das ist der einzige der noch über ist Ne Und noch einer da hinten Hast du noch Steine dabei? Warte ich mal Ja ich hab ein paar Ich hab 48 Hier kannst du haben Ich geb sie dir Das machst du Hier Da Mach du Ja Oh Gott Das auch noch Huf Vorsicht Einfach nur sagen Wenn der irgendwie was auf mich schießt oder so Der 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 verfolgt uns aber auch nicht direkt Ne Ne der wird ja auch von Enderman alt Ja hoffentlich Die sollen dir mal ordentlich einheizen Ach jetzt hab ich gar keine Spitzsäcke Ach jetzt hab ich gar keine Spitzsäcke mehr Dafür hätte ich dir eine Spitzsäcke nehmen sollen Ich dussel Ich hab eine Warte mal Ich äh Was ist? Ich äh Wurde von Meister Du solltest mir eigentlich Bescheid sagen wenn der kommt Achso sorry Hat der dich da runter geschubst? Ja Ähm Ich kletter da mal weg Sammel mal meine Sachen bitte ein Ganz fix Alles was ich da Da war ja nicht viel Wo ist der jetzt? Hast du mir zugehört? Ja ich sammle gerade einen Die sind ja Uh der flog gerade unter mir her Hier ist aber nichts Hier oben Am Gitter Nicht da oben Ich bin weggeschlogen Der hat mich weggehauen Das müsste an einem Turm da unten irgendwo liegen An einem anderen Turm An welchem Turm denn? Wenn du die Säule siehst Wo ich mich hoch gebaut hab Dann musst du um Ja Kann nicht so schnell Ja ich gucke Ich gucke Ich gucke mal ob ich das finde Hier ist Drachengas Da muss ich aufpassen Da ist was Ich hab was Ich hab's Ich hab's Ich hab's Ich hab deine Sachen Gut Alles klar Alles gut Äh du kannst dich auch erst in unserem Prozess hier verstecken Ja ich glaube das mach ich auch Weil wenn ich jetzt sterbe Dann haben wir ein Problem Ich hab vorhin einen Fehler gemacht Ich hab mich äh nicht schlafen gelegt Oh Aua Der hat mich angestupst Warum stupst der mich denn an? Ja Damit hat er mich weggehauen Wenn der dich anstupst Dann fliegst du Mega weit weg Der ist gerade an der Haustür vorbeigeflogen Das versteckt nicht Das dauert noch Nein ich bin gerade Ich bin gerade durch die Hintertür in unser Haus gegangen Und der ist gerade an der Haustür vorbeigeflogen Dusseldrache Ich war jetzt eigentlich an dem Gitter da oben Ich glaube ich versuche das nochmal Andi ich pack jetzt deine Sachen in deine Truhe Ja Ich geh nochmal raus zu dem Gitter Ich hatte mich da gerade schon hoch gebaut Und ähm Ich stand direkt vor dem Gitter Wenn ich jetzt die Spitzhacke gehabt hätte Ja ich war doof Ich war auch richtig doof Warum ich keine Spitzhacke mitgenommen habe So ich pack jetzt deine Tränke hier rein Dein Schwert Was hast du denn noch? Deine Rüstung Komplett Der flattert hier direkt Ah Was war das denn jetzt? Hau du dich durch die Burg Ach du Scheiße Okay jetzt wird es gerade ein bisschen ernst Au Aua Ich hör nur Au Aua Scheiße ich muss eine Truhe bauen Ich muss eine Truhe bauen Wo ist denn Holz? Gib mir Holz Au Ey der macht das ganze Haus kaputt Der macht gerade das ganze Haus kaputt Aber egal Das macht ja nichts Das ist ja nur ein porsorisches Gebäude gewesen Der möchte dich auch gerne haben Aua Aua Ich muss die Sachen hier einsammeln Mensch Ich krieg das Holz nicht da raus Hier ist Holz drin Und ich krieg's da nicht raus Um eine Truhe zu bauen Ich bin doch extra vorhin rausgegangen aus dem Portal ne? Und bin dann, weil ich ja in dem Links rausgekommen bin Direkt wieder ins Portal reingegangen Anstatt oben zu schlafen Das war mein Fehler vorhin Ja jetzt bist du wieder ins Schwarzwald gelandet Das ist mir schon klar Aua Habe ich jetzt Holz? Immer noch nicht Soll er sich gefälligst um Enderman kümmern? Oder hat er sich schon alle getötet draußen? Ich habe keine Ahnung Aber ich bin gerade ziemlich genervt Weil ich gleich tot bin Ich bin sofort da Das dauert noch Äh 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 30 Ah nicht mal mehr 30 Und einen Moment Aua Aber ich brauche sofort Essen So und zack Ich bin drin Komme Ich baue gerade Hast du äh Essen? Ja Komm hier runter Unbedingt Hier Ich muss hier sofort eine Truhe bauen Sofort Oben kann ich das nicht Ähm Crafting Truhe Aua 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 Truhe 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 hier hilf mal eben Ich brauche meinen Boden Und meine Rüstung und alles Verdammt Hier alles in die Truhe tun Schnell Wo bist du denn? Wo ist die Truhe? Ich bin drin Ich bin im Haus Andi Jetzt bin ich tot Ok Ich habe eine Truhe gebaut Da musst du alles reintun jetzt Und dann sofort wieder raus Und irgendwie die Truhe noch tiefer bauen Ach was mache ich denn? Ich renne ja nach unten Ähm du musst irgendwie die Truhe dann noch tiefer bauen Weil vielleicht wenn die tief genug ist Dann kommt der Enderdrache da nicht ran Hier steht nämlich keine Truhe Deswegen bin ich etwas verwirrt Also in dem Raum wo eben die Truhen standen Da hatte ich jetzt eine hingestellt gerade Da darfst du die nicht reinstellen Die ist schon wieder kaputt Ach die ist schon wieder kaputt Ja Ja ich wollte die nur schnell als Übergang da rein stellen Damit wir schnell die Sache da rein tun können Damit der Zeitzähler von vorne anfängt Damit die Items wenn die wieder draußen sind Dass die nicht nachher verschwunden sind sofort Weil die waren nämlich schon ganz schön lange draußen Verdammt wo ist denn hier Holz? Aber sehr gut du bist jetzt endlich da Dann sammle den Rest ein hier alles Was du noch mitnehmen kannst Ich nehm mal das Schild in die Hand Da hab ich wieder einen platziert Können wir nicht uns ganz tief in die Erde bohren? Da wo uns der Enderdrache nicht kriegt? Ich weiß nicht der kann da wohl überall durchhauen Vermutlich ja vermutlich Oh meine Spitzhacken Hast du einen? Ja ich hab ne Spitzhacke hab ich nicht Doch ich hab eine Eisenhacke Hab ich Ja das reicht hauptsache Hast du deine Rüstung eigentlich? Ja ich hab noch Eisen zur Not Warte mal Oh hier ist Holz Rüstung hab ich an Zieh ich gerade an Hier ich hab noch deine Dings Deinen Helm Da Warte mal ich hab ein bisschen was kann ich hier noch einsammeln Helm Den setz ich auch auf Wo ist mein Helm denn jetzt? Ach der liegt hier Den kann ich grad gar nicht einsammeln Ähm Fackeln weg Fackeln weg Warte mal die Steine brauchen wir auch nicht Pfeile hab ich 25 hier Ich hab deinen Bogen auch noch Okay man hätte Man hätte das Haus komplett aus Absidien bauen Hier Andi, hier Andi Steine fallen auf die Sitz Holz hab ich auch noch ganz viel äh gerade aufgenommen Hab ich eigentlich? Ah ok Warte mal Essen, 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 weiß ich auch nicht Hab ich äh noch Hier warte ich gib dir mal Ich leg hier was in die Truhe rein Ja Also ganz Ups pass auf Der kommt gleich Der Schwein hat unsere Endertruhe Äh da Trank der Unsichtbarkeit Hab ich noch Warte mal ich habe ähm Ich hab hier auch noch ein paar Tränke Den Drachenatem Den lasse ich jetzt erstmal in meinem Inventar Die Tür können wir auch so stehen lassen Ähm Äh Eine Crushing Truhe haben wir Das ist gut Dann kann ich mir so ne billige Ja ich hab jetzt leider meine Spitzhacken verloren Aber ist egal Also Spitzhacken können wir uns aber auch Mein Schwert hab ich auch verloren Ne das Schwert Das Schwert Ne das ist Ne das Schwert ist meins Aber das würde ich dir geben Echt? Was hast du denn für eins? Rückschluss 2 und Gliederfüßer Achso Das ist meins Aber das würde ich dir sonst auch geben Wenn du da Vielleicht damit besser Ich hab auch noch Ich hab auch noch ne Axt Das ist von mir ein Stein Das ist zwar nur ne Stein Axt aber Den Drachen werde ich sowieso hauptsächlich mit nem Bogen abschießen Aber ich mach mir eben einfach Wo ist denn eigentlich mein Bogen? Den hab ich im Inventar Ja Ja vielleicht kannst du mir den eben geben Ich kann dir den da rauslegen Und auch Pfeile Hier hab ich noch tonnenweise Pfeile Warte mal Steine zum Hochgraben Hab ich noch Hast du Steine? Ja Okay Der haut mich doch bestimmt wieder weg Ey Ich bin Ich bin Ich bin oben So jetzt müssen wir Der trifft uns ja auch nicht so ganz schnell Weißt du was? Weißt du was ich jetzt mache? Ich mach jetzt was richtig Gutes Ich nehm jetzt den Trank der Unsichtbarkeit Und kletter's da drauf Ja Ich hab's kaputt gemacht Aua Hast du schon kaputt? Au! Das war aber nicht von der Explosion Sondern vom Enderdrachen Ach Quatsch Ja Ich hatte das Ding kaputt gemacht Und dann hat der mich angestupst Und dann bin ich da runter gefallen Aber du hast es kaputt Ja gut Ich hab's kaputt gemacht Ich hab's kaputt gemacht Ich bin da mit dem Schwert dran Ich bin von unten So schräg unten Hab ich das Ding gehauen Äh Oh Gott hier ist alles voller Endermillen Wo ist der Brunnen? Wo ist der Brunnen? Lauf dir zu mir zu meinem Namen Da Und daneben liegen die alle Flitz Ist das verteilt Boah Alter ich seh einfach nichts mit diesem dämmeren Kürbis Ich setz den jetzt ab Boah ich seh einfach nichts So Ich setz den auch nicht Warte mal Kommt der Blödmann denn auch mal runter weiter? Oder fliegt der jetzt die ganze Zeit gleich? Wo ist mein Boot? Also der kann jetzt nicht mehr Wo ist der blöde Penner? Der fliegt die ganze Zeit im Kreis Jawoll Jawoll Wo ist er? Ist er der Mensch? Du Doofmann komm her Wieso treffe ich den denn nicht? Du musst mal ein bisschen hinterziehen. Ich treffe nicht. Der fliegt aber auch wie auf den Präsentierteller hier. Komm her und jetzt. Der hat auch keine Lust mehr. Der möchte jetzt aber endlich sterben. Er hat uns jetzt beide einmal vorgeführt. Die halbe Energie ist aber schon weg von ihm. Man merkt, dass du Jäger bist. Ich treffe doch auch kaum. Der scheiß Enderman da unten. Der dreht sich aber auch permanent im Kreis. Der will jetzt einfach nur noch sterben. Der hat keinen Bock mehr auf das Ende. Der will das Ende jetzt noch etwas schneller. Jetzt habe ich ihn aber auch ein paar mal getroffen. Warte mal. Der dreht jetzt gleich wieder bei. Wenn er über uns hinweg fliegt. Da ist er. Komm jetzt runter. Du bist ein Doberdrache. Komm jetzt her. Dusseldrache. Komm jetzt hier hin. Wie direkt neben mir ein Enderman steht und mich anguckt. Gleich haben wir dich. Gleich haben wir dich. Komm her. Dreh jetzt hier hin. Dreh jetzt hier hin. Das bringt alle nix. Ja, um das um den Turm herum. Boah, dass du den von da getroffen hast. Ich warte, dass er ein bisschen näher kommt. So, wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Ich wollte nur ganz sicher gehen. Boah, was kommt da alle runter? Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn besiegt. So, jetzt können wir eigentlich noch als Krönung den Enderman noch ein paar auf die Schnauze hauen. Hey, komm mit. Ich zeig dir jetzt mal was geiles. Was denn? Ach, dieses kleine Portal oder was? Ja. Wo ist das denn? Dahinten. Dahinten, ich seh's. Da müssen wir jetzt rein. Was müssen wir da? Dann geht's nämlich in die nächste Welt. Ich will mich da jetzt nur hochbauen. Aber ich geh da natürlich noch nicht rein. Ich baue da eine Treppe hoch. potk banc. Und dann geht's ab. Ich wünsche Ihnen Etart. Bis zum nächsten Mal. Baue da. fertig. ?」